jo leute willkommen zurück zu raft wir sind aus dem sturm raus brauchen unbedingt was zu essen da eignet sich denke ich das gebratener haifleisch ganz gut an komm her verdammt so nee das gebraten hätte ich gerne okay komm her so dann komm her komm her oh das waren viele planken so ja ja schon klar schon klar alles gut alles gut das wird schon kunststoff nehmen so komm 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 so einmal das einmal das planken setzen komm her jetzt was nehmen wir auch okay zwei dran gutes und schnappen uns mal hier das plaster und dich nehmen wir auch mit sehr schön ich meine das muss ich zwar noch mal neu setzen zack komm her aber im moment kommt wieder genug mül hier an eigentlich muss man ja wertstoffe dazu sagen so zack wahrscheinlich fehlen mir seile ne beziehungsweise die rohstoffe für die seile um noch einen davon zu basteln so ich möchte mal wieder oh verdammt krieg ich nicht mehr wahrscheinlich ne oh mein gott was für ein luck doch noch gekriegt da die planke ach schade da wollte ich gerade den kunststoff da mitziehen sagen wenn du jetzt angeschissen kommst dann setzt es was ein von euch habe ich schon erledigt so wo ich gerade dabei bin jetzt hier mal die makräne und mach mal seile 16 stück bräuchte ich für zwei von den netzen von her du habe ich ok und dich habe ich und zur sicherheit nehmen wir das auch schon mal ja da sind immer die blätter drin so komm her du kommst hier nicht weg so plaster und holz ok erst einmal würde ich jetzt sagen mach ich wieder nein hau ab verpiss dich verpiss dich verpiss dich ok ok so moment der darf mir nicht einkommen deswegen machen wir jetzt aber auch erst einmal dich und dich und ich würde sagen und ich würde sagen in die mitte ein so ok dazwischen kann ich jetzt relativ gut alles abfischen ok so komm her komm her so zack ok da sind mehrere palmenblätter die hätte ich auf jeden fall gerne komm her ok zack zwei gegenstände zack zack und ich brauche trinken zack 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 mal wieder da haben wir einen Moment Punkt 1 die mal einsammeln Punkt 2, da ist eine Insel So So in die Richtung bitte Hallöchen Verflucht Sanft in die Richtung drehen Jawoll Okay Komm her Haben wir Da hin bitte Ja, da komm ich drauf Definitiv da hin In die Richtung In die Richtung So Ich brauche Seile Ach scheiße Bin ich blöd Das hier Nägel brauche ich Moment Moment, erst einmal So Bleib hier Bleib hier Bleib hier So Okay Okay Ich habe erstmal genug von denen Jetzt Und Jetzt Hätte ich gerne Zumindest schon mal Einsammeln Nichts mehr So Weil wenn Dann So Erstmal da Sanftes drehen Bitte in die Richtung Wenn dann Kann ich paddeln Jetzt in der Zeit Ich kann Scheinbar echt Hm Okay Kleine Lagerkiste Ne Bringt mir alles nichts Ähm Planken platzieren Planken platzieren Haust du ab So Ach komm Lass mal mein Boot bitte in Ruhe Oh shit So Ich habe nichts mehr an Rohstoffen Wirklich gar nichts mehr So Jetzt kann ich aber zumindest Ne kann ich nicht Ich habe kein Plastik Verflucht Ich weiß dass du auf der anderen Seite Dass da Nen Ein Eine Kleine Mini Insel war Wo ich definitiv drauf konnte So Deswegen Eigentlich würde ich gerne Da fehlen mir Seile Für vier Stück Die kann ich halt nicht machen Das heißt ich muss schwimmen Und hoffen dass ich es schaffe Ähm Den Empfänger habe ich schon Die Antenne habe ich auch schon Du kommst da rein Du kommst da rein Nur falls ich es nicht schaffe Du kommst da rein Du kommst da rein Du kommst da rein Stimmt Was ist mit einer Axt Brauche ich leider auch erstmal Rohstoffe für Also Okay Erstmal Landgang Okay Ich kann hier Sand abbauen Ach verpiss dich Wo ist der denn Wo ist der denn So Okay So Essen wir das mal erst Und dann Öffnen wir das hier mal Oh Lernen 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 Ganz wichtig Was Echt nicht Gibt nichts was ich mit Sand machen kann Okay Lehm Kann ich auch nichts mit machen War das nicht für Ja für Nasser Ziegel So Ich brauch dafür Die Schmelze glaube ich Ziegel Ne Ah aber Trockenziegel Brauche ich dafür So Das heißt Ich brauche Erst einmal Oh Seta Okay Wie mache ich denn Trockenziegel Wahrscheinlich Indem ich Nasser Ziegel Nasser Ziegel Auf den Ofen packe Oder Ich kann es mir wirklich Vorstellen Nee Das ist leider nicht Wie trocknen wir Die denn Oder lass ich die einfach In der sonne liegen Kann ich mir nicht Vorstellen So Ach Drecksvieh Hau ab Okay Kann ich wieder nichts machen Dann würde ich sagen Schließen Auf geht's So da hinten sind drei Fässer Die werde ich mir Auf jeden Fall gönnen Und zwar Alle drei Zack Ach du blöde Möwe Geh weg da Verdammt So Stirb Stirb Mist Wie ich Äh Ich weiß es nicht Keine Ahnung Ich hoffe einfach Dass das Genauso Funktioniert Wie ich mir das jetzt gerade Vorstelle Dass man nämlich einfach Den nur liegen lassen muss Und dass der irgendwann dann Zu einem Trocknen Ziegel wird Äh Was brauche ich Trinken Dann brauche ich auch gleich Direkt wieder Essen Zack Oh Komm, 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 komm So Zack Ich wollte gerade sagen Da kommst du nicht durch Den kommst du nicht vorbei Keine Chance Jetzt ist was erfüllen und trinken So Inzwischen Inzwischen verhängt sich hier so viel Es ist echt sinnvoll Die Dinger so frühzeitig wie möglich zu bauen Und dann auch ein möglichst breites Schiff zu haben So Den Fisch Den Platzieren wir jetzt mal Und Dann Das ist salzwasser Trinken Trinken Das ist gleich eigentlich Mehr als genug sein Perfekt Genau richtig ausgeworfen Okay So Seil Machen wir mal Schade Nur 12 Das heißt nur Also Ist immerhin etwas Okay Ähm Ich hätte gerne Sammelnetze Mal wieder Zumindest Eins Da Ich wusste es Haha Schade Äh Oh Ähm Platzmangel Platzmangel So Ähm Okay Ich sag's dir Inzwischen kommt hier nichts mehr durch Alles was von vorne auf mich zutreibt Wird jetzt inzwischen weggesnackt Perfekt Ähm Auf jeden Fall Schon mal Fürs nächste vorbereiten Und Schmeiß raus So Kommt schon der nächste Schwung An Müll Ruhe Silberrasse Okay Da ist er Hi So Warum Wird das Immer zur Treppe So Ich möchte jetzt so langsam mal Die Holzwände machen Eins Und noch eins Mehr Geht nicht Moment Hau ab Du Mistvieh Ich Ich bräuchte einen Bogen Oder sowas Also höchstwahrscheinlich Dass es einen Bogen Nachher gibt Weil das ist so Eine Standard Crafting Waffe Ich würde sagen Wir drehen mal sanft Bei Und können mal Das ist sogar Geradeaus durch Können mal da auf die Insel zusteuern Schade Nichts geangelt jetzt Ah Ja Okay Gut Ein paar Sachen können wir aber Trotzdem mitnehmen Und dann Hoffentlich gleich Da drüben In die Richtung Oh ne 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 Komm her Nein Moment Zurück Zurück Äh Wo haben wir es Herstellen Okay So Okay So was haben wir noch hier Nix ne Wir haben eine untergehende Insel Und bei mir Auf dem Boot Versucht gerade Einer was zu fressen Warte Das ist ein Scharnier Das ist ein Scharnier Wenn ich den erforsche Ich meine Das bringt mir jetzt Erstmal gar nichts Aber ich Hab's dann schon mal Genau So Weil Was brauche ich da für eigentlich Okay Blätter eigentlich nur Ich kann endlich die scheiß Vorwärtsche Aufstellen So Perfekt Perfekt Wo ist eigentlich mein Jetzt da Jetzt haben wir wieder hohen Wellengang Ich nehme an Dass das wirklich so ein Ereignis ist Das mal kommt Und dass dann weniger Äh Weniger Zeug Hier Angeschwemmt wird So Naja Verpiss dich Ich hab hier eine Vogelscheiche Okay Die hacken jetzt auf die Vogelscheiche ein Was ist das denn So Tasse auf einmal mit Süßwasser Und Achso Moment Ich sollte vielleicht Das hier machen Damit das Das Floß seinen eigenen Weg findet Das war auch letztes Mal so Das was mich dann Rausgebracht hat Also das Floß findet seinen Weg schon selbst Raus aus dem Schlamassel Weil ich wüsste halt auch nicht Wie ich es anders machen sollte Da Da ist er Zack Zack Worauf ich ja gespannt bin Ob der Hai Auch hier dann Die Dinger angreift Aber ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen Dass der Der hat auch schon Mittendrin angegriffen Also ich nehme mal Mal an Dass der Alles angreifen kann Wie er möchte So Okay Bei dem Scheißwetter Ist glaube ich das sinnvollste Einfach zu angeln Kleines Lager Brauche ich Zwei Seile führen Ja Ich leider nicht kriege Ich kriege nicht mal Zwei Seile zusammen Kommt her Kommt zurück Okay So So Ups So jetzt aber Verdammt Ähm Da wieder hinsetzen Jawohl Jawohl Das Fass Verhängt sich Auf jeden Fall Die aber leider nicht mehr Verhänge ich die noch Ja Kriege ich noch Die da hinten Ich weiß Die habe ich nicht bekommen Aber Okay Oh ich habe ein bisschen überzogen Ich wollte eigentlich nur noch 20 Minuten Folgen aufnehmen Egal Leute wenn es mich gefallen hat Ich würde mich auf jeden Fall freuen Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Raft Hauts rein Bis dahin Ciao Ciao